Von der Mondlandung zum Rennsieg. Vom Beitrag zur Entwicklung energiesparender Flugzeugsysteme bis zur Gewährleistung größerer Energieeffizienz der zukünftigen Windturbinen. Hexels Innovationsfreudigkeit hilft Menschen und formt die Zukunft der weltweit führenden Technologien und der dafür verwendeten Werkstoffe der nächsten Generation. Seit mehr als 60 Jahren spiegelt dieser Erfolg die persönlichen Anstrengungen des Hexel-Teams wider. Das talentierte, vielfältige Fachpersonal bildet unsere innere Stärke. Durch ihre gute Zusammenarbeit können unsere Teams das erdenklich Mögliche in Design und Technik entwickeln, fertigen und unterstützen. Das große Sortiment von Verbundstoffen und modernsten Werkstoffen für noch leichtere, stärkere und anspruchsvollere Anwendungen wird von den führenden Technologieunternehmen weltweit eingesetzt. Für viele unserer Mitarbeiter bedeutet die Umsetzung von Hochleistungslösungen auch eine enge Beziehung der Integrität, des Wissensaustauschs und des Vertrauens unserer Kunden. Ich helfe Kunden Lösungen zu finden, die ihre Produkte robuster, leichter und nachhaltiger machen. Es macht Spaß, eng mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten. Mir gefällt die Tatsache, dass ich einem das ganz Besondere mitwirke und dass das, was wir tun, zählt. Es ist ein Erfolgserlebnis, zu sehen, wie Produkte zu deren Entwicklung wir beigetragen haben, eingesetzt werden. Das Stichwort ist Zusammenarbeit. Um Lösungen entwickeln und umsetzen zu können, arbeiten häufig Mitarbeiter aus verschiedenen Teams von unterschiedlichen Hackcell-Standorten weltweit zusammen. Es ist unglaublich spannend, wenn wir in Teams für bestimmte Kunden zusammenarbeiten, zum Beispiel an der nächsten Generation von Flugzeugverbundstoffen. Zu erleben, wie das Ergebnis unserer Arbeit hoch in den Wolken einwandfreien Einsatz findet. Wenn ich sehe, wie unsere Produkte das tägliche Leben von Menschen verändern, ist dies das faszinierendste und befriedendste Gefühl, das man sich nur vorstellen kann. Unsere Arbeit ist wichtig für unsere heutige und für kommende Generationen. Man sieht, dass wir die Zukunft formen. Fortlaufende Entwicklung wird nicht nur gefördert. Sie ist eine Lebensart. So wie unsere Werte. Hackcell gibt uns das Gefühl, Teil eines Teams zu sein und dass unsere Ideen zählen. Alle werden ermuntert, unermüdlich nach neuen Chancen zu suchen und ihre Meinung frei zu äußern. Unser Erfolg ist vom Beitrag jedes Einzelnen abhängig, da häufig wir die Kunden unserer Kollegen sind. Es ist unsere Unternehmenskultur, das Richtige zu tun, so gut wir nur können. Unsere Werte bestimmen unser Handeln, spiegeln unsere Kultur wieder und geben unseren Leistungen neue Impulse. Und gleichzeitig helfen uns die Vielfalt und ein flexibler Ansatz bei neuen Möglichkeiten, mit denen wir eine sichere Zukunft schaffen können. Wir sind führend auf allen Märkten und erobern einen immer größeren Anteil an langfristigen Wachstumsmärkten. Dies ist aber nur durch fortlaufende Investitionen in unsere innere Stärke möglich. Die Zusammenarbeit mit Kollegen weltweit in einer globalen Branche schafft eine Kultur des beständigen persönlichen Lernens. Unser Hackcell Academy Programm bietet interne Schulungsmöglichkeiten von Programmen für neue Mitarbeiter bis hin zur obersten Führungsebene. Sie finden eine anspruchsvolle Position, gute Aufstiegsmöglichkeiten, ein anregendes Arbeitsumfeld und die Befriedigung, dass ihre Anstrengungen einen spürbaren Unterschied machen werden. Hackcell ist ein großartiges Unternehmen mit einer vielversprechenden Zukunft. Hackcell ist ein Ort, in der diese Generation einen deutlichen Beitrag für die nächste Generation von Materialien und Technologien, die unsere Welt bestimmen, leisten kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.